Letztendlich sind die Arbeitgeber ja nicht nur dafür verantwortlich, dass ihre Beschäftigten psychisch gesund bleiben, sondern im Arbeitsschutzgesetz steht, lieber Arbeitgeber, du bist für die psychische und physische Gesundheit deiner Beschäftigten verantwortlich und hast Gefährdung möglichst zu vermeiden. Und ein Baustein dazu ist die Gefährdungsbeurteilung, in der eben auch die psychischen Belastungen zu überwichtig sind. Ganz sicher, der Podcast für Menschen mit Verantwortung. Erfolg lässt sich nicht erzwingen, aber man kann viel dafür tun. Über Kommunikation, Führung, sicheres und gesundes Arbeiten und Motivation der Beschäftigten. Im Podcast der BGE-TEM kommen Themen aus der betrieblichen Praxis vors Mikrofon. Herzlich willkommen, mein Name ist Katrin Degenhardt. Beim Arbeitsschutz geht es längst nicht mehr nur um sichere Maschinen und ausreichende Schutzausrüstung, sondern auch um Arbeitsbedingungen, die sich negativ auf die Psyche auswirken können. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen die sogenannte psychische Belastung auch bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen. Aber wie können Führungskräfte herausfinden, welche Faktoren am Arbeitsplatz ihre Beschäftigten potenziell belasten? Wie kann man gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen gestalten? Dazu unterhalte ich mich mit meinen Gästen. Das ist zum einen Herr Stefan Meil. Er ist Geschäftsführer bei Meil Druck und Medien GmbH aus Bünde. Er und seine 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Thema psychische Belastung schon vor Jahren in den Blick genommen. Das Team macht regelmäßig Workshops dazu, insbesondere auch für neue Beschäftigte und tauscht sich generell viel dazu aus. Herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Tag. Und dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Thomas Neymanns. Er ist Arbeitspsychologe der BGE-TEM im Präventionszentrum Köln und berät Mitgliedsbetriebe unter anderem zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Herr Neymanns ist oft vor Ort in Unternehmen, moderiert dort Workshops und hält Vorträge rund um das Thema psychische Gesundheit. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Dankeschön und hallo. Ich beginne auch mal direkt bei Ihnen, Herr Neymanns. Wir wollen da vielleicht noch mal ein bisschen auf die Definition psychische Belastungen zu sprechen kommen. Was genau sind denn eigentlich psychische Belastungen? Und vor allem, was sind jetzt die Unterschiede zwischen privaten psychischen Belastungen und psychischen Belastungen am Arbeitsplatz? Ja, erstmal vielen Dank für die Frage, weil das, glaube ich, ein Begriff ist, der für viel Verwirrung und Missverständnisse sorgt. Weil ich denke, bei psychischer Belastung denkt man vielleicht wirklich zuerst an psychische Erkrankungen. Aber das meint dieser Begriff gar nicht. Sondern bei psychischen Belastungen geht es darum, was gibt es für Einflussfaktoren durch die Arbeit, die auf den Beschäftigten einwirken und vielleicht dafür sorgen, dass er psychisch erkrankt. Da sprechen wir von sowas wie ungünstig gestalteten Arbeitszeiten, einer zu hohen Arbeitsmenge oder vielleicht auch Probleme im Bereich Führung. Das alles sind Beispiele für psychische Belastungen, die, wenn sie ungünstig ausgeprägt sind, langfristig auch zu psychischen Erkrankungen führen können. Diese Trennung beruflich-privat, die Sie ansprechen, das ist natürlich eine Herausforderung, vor der wir eigentlich immer im Arbeitsschutz stehen. Weil man kann jetzt nicht sagen, du bist erkrankt, weil das und das in deiner Arbeit vorlag. Sondern es ist immer, ja, wir sagen, es gibt multikausale Ursachen. Es gibt Einflüsse von außen, also aus dem Privatleben, genauso wie Einflüsse aus dem Beruf. Und beides zusammen ist letztendlich ausschlaggebend. Ähnlich wie bei allen anderen Gefährdungen im Arbeitsschutz auch. Auch wenn wir beispielsweise an so Themen wie Lärm oder Gefahrstoffe denken, da können wir auch nicht klar abgrenzen. Das ist jetzt rein durch die Arbeit verursacht worden. Welche Rolle spielt denn die psychische Belastung von Beschäftigten im Arbeitsschutz? Gibt es da auch vielleicht Zahlen zu? Ich meine jetzt zum Beispiel Krankmeldungen, Ausfälle, Umsatzverluste, sowas in die Richtung? Also wenn wir da jetzt so auf Deutschland gucken, ist es natürlich mittlerweile schon wirklich eine große Hausnummer geworden. Einerseits beim Thema Frühverrentung ist es so, dass psychische Erkrankungen, ohne jetzt festzumachen, kommen die rein aus der Arbeit oder rein aus Privat, mittlerweile die häufigste Ursache für eine Frühverrentung in Deutschland überhaupt sind. Und auch bei den Krankheitstagen insgesamt, also bei der Menge an AU-Tagen, sind wir glaube ich aktuell, ich weiß nicht, bei der zweit- oder dritthäufigsten Ursache, sind auch da, dass die psychischen Erkrankungen oder korrekterweise sagen wir die psychische Störung des Verhaltens. Und welche Verantwortung haben da Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, was können und vor allem was müssen sie tun? Ich fange mal mit dem Müssen an, da belegen wir uns jetzt wieder im Bereich des Arbeitsschutzgesetzes. Letztendlich sind die Arbeitgeber ja nicht nur dafür verantwortlich, dass ihre Beschäftigten psychisch gesund bleiben, sondern im Arbeitsschutzgesetz steht, lieber Arbeitgeber, du bist für die psychische und physische Gesundheit deiner Beschäftigten verantwortlich und was Gefährdung möglichst zu vermeiden. Und ein Baustein dazu ist die Gefährdungsbeurteilung, in der eben auch die psychischen Belastungen zu berücksichtigen sind. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich wollte mich jetzt erstmal an Sie wenden, Herr Meil. Wir kommen jetzt sozusagen zum Arbeitgeber. Vielleicht stellen Sie uns ganz kurz Ihr Unternehmen vor. Ja, die Firma Meildruck & Medien ist 1934 gegründet worden. Ich führe das Unternehmen jetzt in der vierten Generation. Die fünfte ist jetzt langsam auch schon eingestiegen, sodass es auch zukünftig weitergeht. Wir waren ursprünglich immer ein Akzidenzbetrieb. Das bedeutet, dass wir Prospekte, Visitenkarten und all solche Sachen gedruckt haben, haben uns in den letzten Jahren aber total verändert und haben uns spezialisiert und sind jetzt ein Fachbetrieb, ein Spezialbetrieb für die Produktion von Rollenhaftetiketten mit neuartigen Maschinen, Laserschneidtechnologie und Vollautomation. Und Sie haben ja schon vor Jahren in einem Workshop mit Ihren Beschäftigten über psychische Belastungen gesprochen. Moderiert hat das damals Frau Dr. Christine Gehricke. Sie ist auch Arbeitspsychologin bei der BGE-TEM, also eine Kollegin von Ihnen, Herr Neymanns. Warum haben Sie überhaupt diesen Workshop gemacht? Wie kam es dazu? Ja, ich habe Frau Dr. Gehricke bei einem Vortrag beim VSKE, das ist ein Verband für die Etikettendrucker, sage ich mal so ganz kurz, erlebt in Wien. Und ich fand das Thema einfach super spannend, weil wir hatten vorher solch eine Prüfung noch nicht gemacht auf psychische Belastungen. Ich habe dann nachher Kontakt aufgenommen, ich habe sie wirklich angerufen und wir haben dann auch telefoniert und per Mail uns ausgetauscht. Und da hat sich die Frau Dr. Gehricke vorgeschlagen, dass sie einfach nach Bünde kommt und diesen Workshop bei uns durchführt. Was waren die wichtigsten Themen, auf die Sie da gekommen sind in diesem Workshop? Also erstmal habe ich das bei uns im Hause vorgestellt. Wir haben eine Betriebsversammlung gemacht. Ich habe den Mitarbeitern das mal gezeigt und aufgezeigt, was wir da vielleicht eventuell herausfinden können, ob wir Probleme da haben oder Verbesserungsmöglichkeiten finden bei uns. Und Frau Dr. Gehricke hat mit mir einen Fahrplan aufgestellt, wie wir das Ganze dann angehen. Und dann haben wir das Ganze auch geplant. Das war dann 2017, ist jetzt schon ein bisschen her. Und wie haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darauf reagiert, dass sie da mit so einem Workshop da um die Ecke gekommen sind? Also sie waren erst ein bisschen skeptisch. Was will er jetzt von uns? So nach dem Motto. Aber es wurde positiv aufgenommen. Ich habe es natürlich auch positiv rübergebracht. Ehrlich gesagt wusste ich auch nicht ganz genau, was da jetzt passiert. Man weiß ja auch nie, wie alle reagieren und was da so aufkommt. Das ist schon eine spannende Geschichte gewesen. Wir sind es dann einfach mal angegangen, haben uns einfach mal gemacht. Und wie kann man sich jetzt diesen Workshop vorstellen? Können Sie uns das mal kurz skizzieren? Es gibt da wirklich tolle Unterlagen von der BGE-TEM jetzt in dem Fall. Da sind dann Fragen drin. Es ist ja die Kurzform für kleinere Unternehmen. Wir sind jetzt ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Ja, und da haben wir dann unsere Mitarbeiter in Gruppen aufgeteilt, abteilungsmäßig jetzt. So haben wir das aufgeteilt. Und dann wurden diese Fragen jeder für sich erst mal beantwortet. Dann wurden diese Fragen Ausgewertungen. Da gab es dann so Auswertungsposter, wo das Ganze dann auch visualisiert wurde. Und dann hat man schon gesehen, was alles positiv läuft und was auch negativ läuft. Sind da auch irgendwelche überraschende Erkenntnisse bei rausgekommen? Ja, im Prinzip kam heraus, dass eigentlich alles relativ gut war bei uns. Aber was mich sehr erstaunt hat, dass viele Mitarbeiter sich bei uns wirklich körperlich, gesundheitlich gefährdet gefühlt haben. Und jetzt muss man sagen, wir sind ein Spezialbetrieb für Rollenhaftetiketten. Wir drucken rein digital. Wir haben also gar keine Farben, die irgendwie gefährlich sind. Im Digitaldruck bei uns haben wir lebensmittelechte Farben, die sogar für den direkten Kontakt mit der Haut oder auch mit Lebensmitteln zertifiziert sind. Wir brauchen auch sonst keine Chemie mehr. Im Digitaldruck ist es nicht so wie früher im Akzidenzdruck, dass es laut ist oder dass man sonstige irgendwie Nachteile hat mit Schmutz und Staub. Also das ist alles gar nicht gegeben. Darum war das für mich sehr verwunderlich. Wir haben dann drei Punkte herausgefunden, soweit ich mich noch erinnere, die ja eventuell schwierig sein könnten, wo die Situation nicht gut ist. Und der eine Punkt war halt genau das. Und dann wurden wieder Gruppen gebildet, die Lösungsansätze erarbeitet haben. Und genau in dem Punkt haben sie dann eigentlich die Lösung gearbeitet, dass wir nichts ändern brauchen. Weil es einfach gar keine Problematik bei uns im Haus bestand. Aber die Befürchtungen sind aus dem Weg. Und das ist ja auch schon wieder ein Beitrag, dass man psychisch weniger belastet ist. Herr Neimanns, die BGE-TEM bietet ja diese Handlungshilfe an. Da gibt es auch ein Online-Tool zur psychischen Belastung. Vielleicht auch nochmal von Ihrer Seite. Herr Meil hat das ja schon sehr schön erklärt. Aber vielleicht auch nochmal von Seite der BGE-TEM. Wie funktioniert das? Wir unterscheiden eigentlich zwei verschiedene Ansätze. Der eine ist für Kleinbetriebe, also sprich für Betriebe mit maximal 50 Beschäftigten. Das ist von der Idee her eigentlich so eine Art Workshop-Konzept, wo der Unternehmer, die Unternehmerin wirklich alles, was er oder sie dafür braucht, in die Hand gedrückt bekommt und dann sofort mit seinen Mitarbeitern, seinen Mitarbeiterinnen loslegen kann. Zeitrahmen sind so zwei bis drei Stunden. Würde die Mitarbeiter einladen, sagen, ich will mich da mal über eure Arbeitsbedingungen mit euch austauschen. Schritt eins ist, ich verteile einen Fragebogen. Den füllt jeder für sich aus über seine Wahrnehmung der Arbeitsbedingungen. Da steht dann zum Beispiel sowas wie, ich werde ständig bei meiner Arbeit unterbrochen. Und dann kreuze ich an, er ja, er nein. Dann gibt es nochmal eine Art Auswertungsposter. Das ist nichts anderes als der Fragebogen riesengroß. Den hänge ich irgendwo im Raum auf und da streicht nacheinander jeder Mitarbeiter seine Antworten an. Und so kann ich eben nachher sehen, wie viele Antworten habe ich bei er ja, bei er nein. Das ist sowas wie meine Auswertung. Das sind sozusagen meine Handlungsfelder oder, wenn man denn so will, meine Probleme, an denen ich arbeiten sollte. Das geschieht in Schritt zwei. Da gibt es nochmal so ein Maßnahmenposter, nennen wir das dazu. Das ist auch alles mit dabei. Da würde ich erstmal gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet, was meint das genau? Jetzt beispielsweise das Thema Arbeitsunterbrechung. Nennt mir mal Beispiele. Ich sammle konkrete Beispiele aus dem Arbeitsalltag. Um im nächsten Schritt zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu überlegen, was gibt es denn für Lösungen? Was können wir denn da anders machen? Was sind denn eure Ideen, eure Vorschläge? Und was wir sehen, was oft dabei rauskommt, sind wirklich so kleine pragmatische Ansätze. Weil letztendlich, wer ist der Experte für den Arbeitsplatz? Das ist meistens doch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die da irgendwie, weiß ich nicht, fünf bis zehn Stunden am Tag drauf verbringt. Gibt es da Beispiele? Platzierungen auch von Materialien da, wo sie auch hingehören oder sowas in die Richtung? Genau sowas. Oder wenn wir jetzt an das Thema Arbeitsunterbrechung denken, so ein Beispiel, das waren Kollegen und Kolleginnen im Großraumbüro. Die haben sich dann einerseits mal selber so Regeln erarbeitet, aber auch, die hatten nachher so rote Aufsteller. Das heißt halt, wenn ich jetzt irgendwie hochkonzentriert an irgendwas arbeite und mal eben Ruhe brauche, haben sich das Ding auf den Tisch gestellt. Und alle anderen Kollegen wissen halt, okay, den oder die spreche ich jetzt gerade mal lieber nicht an. Also so ganz kleine Sachen eigentlich, aber die doch sehr wirksam sein können. Und wie ist dann das Angebot für die Großbetriebe? Das funktioniert von der Logik erstmal relativ ähnlich. Wir haben auch hier wieder eine Kombination aus Befragung und Workshop. Allerdings funktioniert die Befragung oder bieten wir für die Befragung eine Online-Befragungsplattform an. Hier hat der Betrieb die Möglichkeit, relativ einfach und selbstständig für seinen Betrieb eine Mitarbeiterbefragung anzulegen. Er kann auch selber Auswertungseinheiten wie zum Beispiel Abteilungen, Teams oder Standort definieren. Danach beantworten die Beschäftigten den Fragebogen für ihre psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Der Betrieb bekommt automatisiert eine Auswertung, auch wieder anhand von so einer Ampellogik, Rot-Gelb-Grün. Und wo es eben rote Ergebnisse gibt, da hat der Betrieb Handlungsfelder und geht dann in diesen Bereichen, in diesen Abteilungen oder Teams wieder in einen Workshop zusammen mit den Mitarbeitern. Die Moderation dieses Workshops kann entweder durch einen internen Moderator des Betriebes erfolgen. Hierfür bieten wir auch Seminare an. Oder was wir auch anbieten, ist, dass wir quasi als Starthilfe die ersten ein bis zwei Workshops zusammen mit dem Betrieb moderieren, sodass er dann den Rest selber übernehmen kann. Wichtig ist natürlich, dass die Führungskräfte das auch aufgreifen, nehme ich mal an. Wer hilft denn dann bei der Umsetzung? Also die Umsetzung ist natürlich letztendlich Aufgabe des Betriebes. Was wir oft sehen, was oft gemacht wird, was auch empfehlenswert ist, dass es nicht allein bei der Führungskraft bleibt. Also wenn es jetzt was Größeres ist als zum Beispiel dieser Aufsteller, dass man wirklich eine Arbeitsgruppe bildet. Da muss ja nicht zwingend die Führungskraft dabei sein, sondern man hat jetzt die Idee so ein bisschen weiterentwickelt und gibt das wieder in die Hände der Mitarbeiter. Die erarbeiten ein Konzept, es wird dann vielleicht nochmal mit der Führungskraft abgestimmt und geht dann in die Umsetzung. Herr May, war das bei Ihnen auch so ähnlich, wie Herr Neymanns das gerade beschrieben hat? Er hat das wirklich sehr gut beschrieben. Wir haben jetzt nachher auch dann die Maßnahmen herausgearbeitet, die man daraus ableiten könnte. Da haben wir jetzt nicht nur die zwei, drei Punkte genommen, die wirklich über 50 Prozent eher negativ beantwortet worden sind, sondern auch die ganzen kleinen Sachen, die vielen kleinen banalen Sachen, die einfach schnell zu ändern waren. Das haben wir aufgegriffen und auch wirklich umgesetzt. Ja, ich habe noch Hilfe gehabt. Wir haben jetzt keine Arbeitsgruppen gemacht, sondern ich habe noch mit dem Assistenten das praktisch dann umgesetzt. Aber abteilungsweise oder für die Bereiche, wo das dann zum Tragen kam, bis hin, dass wir Kommunikationsschulungen nachher gemacht haben. Aber das hat sich dann nachher daraus ergeben. Das hat sich also immer weiterentwickelt. Haben sich die Arbeitsbedingungen seitdem signifikant geändert und wenn ja, wie? Also die Bedingungen haben sich eigentlich groß nicht verändert. Es gab so Kleinigkeiten, wo jetzt zum Beispiel Sachen gelagert worden sind. Wir haben neue Sicherheitsschuhe bekommen, das war der Wunsch. Dann wurden mal so kleine Umbauten an einer Maschine noch gemacht, eigentlich Kleinigkeiten, aber mit großer Wirkung, weil das den einen oder anderen doch ein bisschen geärgert hatte, vielleicht auch belastet hat dann damit. Das war dann schon ganz spannend. Wichtig war die Aufklärung, dass zum Beispiel gar keine Gefahren bei uns bestehen oder wenn, was wirklich Gefahren sind, dass man da nochmal genauer, tiefer darauf eingehen konnte, wie man das Ganze dann verhindert, dass man sich da vielleicht verletzt. Meinen Sie denn, dass sich das auch auf die Produktivität des Betriebs entsprechend positiv ausgewirkt hat? Zum einen fühlten sich die Mitarbeiter deutlich gewertschätzt, dass wir sie gefragt haben, was ist gut, was ist nicht so gut und es auch wirklich ernst genommen haben und auch Veränderungen dann umgesetzt haben. Also das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Wir hatten an dem Tag ein tolles Event draus gemacht, wir haben nachher noch ein bisschen gegrillt, lange zusammengesessen und schon da wirklich so kleine Dinge geplant, was wir dann nachher machen möchten. Und wie haben Sie so die Zusammenarbeit auch mit der BGE-TEM da wahrgenommen? Also würden Sie das anderen Unternehmen durchaus auch empfehlen, sich die BGE-TEM mal ins Haus zu holen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit Frau Dr. Gereke war das echt spitze. Sie hat das toll umgesetzt. Man hat also viel Unterstützung gekriegt in der Vorbereitung. Ich hätte auch nachher noch in der Nachbereitung nachhaken können und fragen können, aber das haben wir dann auch selber gemacht. Ich kann es nur empfehlen, weil man durch diesen Workshop wirklich ganz viel erfährt, was den Mitarbeitern nicht gefällt, was nicht gut läuft. Man kriegt viel von der Stimmung mit, so auch, aber dann kriegt man es nochmal wirklich auf den Punkt gebracht als Ergebnis bei diesem Ergebnisplakat. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und es passiert auch nichts, wenn man die BGE im Haus hat. Ich weiß nicht, ob manche Kollegen davor Angst haben, aber das braucht man wirklich ganz und gar nicht. Sind Sie denn durch diese Workshops zum Thema psychische Belastung dann auch nochmal auf das Thema Kommunikation so gestoßen worden? War das so ein Auslöser auch dafür? Ja, also das kann man wirklich sagen. Das war ein Auslöser. Denn bei diesem Workshop wurde wirklich gut kommuniziert und offen kommuniziert. Kommunikation ist so das Schwierigste unter Menschen allgemein. Das hat nichts nur im Betrieblichen zu tun, auch privat. Und darum fand ich das jetzt sehr wichtig und auch eine tolle Erkenntnis aus diesem Workshop von der BGE, dass wir dann im Bereich DISC-Persönlichkeitsentwicklung geschult haben. Das heißt, wir haben damals die ganze Firma geschult in Gruppen. Alle neun Mitarbeiter werden auch in DISC geschult. Und DISC ist ja auch ein System, dass man seine Verhaltensweisen selber kennenlernt, wie man handelt und wie man mit Situationen umgeht, aber auch von dem Gegenüber. Jetzt müssen Sie uns aber ganz kurz aufklären mit ein paar Worten, was ist denn DISC? Das sind die Verhaltensweisen. Man lernt, wie man selber sich verhält und wie man, ich sage es mal so, tickt. Und man lernt es aber auch ganz schnell einzuschätzen, wie der Gegenüber, der Kommunikationspartner, der Gesprächspartner auch tickt. Und da wir ja alle ein bisschen unterschiedlich gepolt sind, DISC teilt das Ganze in vier Farben, in Eigenschaften ein. Und dann treffen auch öfter mal ganz unterschiedliche Eigenschaften aufeinander. Und das kann in der Kommunikation zu Problemen führen. Ich sage wirklich Probleme dazu. Und wenn man aber genau weiß, welche Eigenschaften hat, wie der tickt, dann kann man damit umgehen, wenn der zum Beispiel ein roter, dominanter Typ ist und einfach ein bisschen schroff rauskommt und der Grüne, der Ängstlich, der Vorsichtige genau andersrum und Angst hat, wenn der so auf ihn zukommt, kann das dann bewerten. Und umgekehrt auch. Und das hat dazu geführt, dass wir bei uns im Unternehmen sehr offen und ruhig kommunizieren können, auch in sehr unschönen Situationen. Also das ist wirklich ganz toll. Das mündet dann, dass wir einmal im Jahr einen Teamworkshop haben, einen Erfahrungsausschuss. Da haben wir einen externen Coach. In diesem Workshop wird nachher dann wirklich auch gefragt, was denn gut läuft. Wir werden in Gruppen eingeteilt, wieder die Abteilungen. Und dann wird untereinander gefragt, was läuft denn in der Zusammenarbeit und in der Kommunikation besonders gut miteinander? Und was läuft noch nicht gut? Was läuft wirklich auch vielleicht schlecht? Und da wird auch wirklich gefragt, was die Mitarbeiter denn von der Geschäftsleitung halten, was sie sich denn wünschen? Und umgekehrt auch, was ich mir von meinen Kollegen und Mitarbeitern wünsche. Und mittlerweile ist das so, dass wir da wirklich offen kommunizieren und offen alles auf den Tisch bringen. Und angstfrei, ne? Angstfrei auch, ja. Das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Und man weiß vorher nicht, was passiert, was an dem Tag wirklich auf den Tisch kommt. Das ist sehr, sehr spannend. Aber mittlerweile, wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre, ist es wirklich so, dass ganz wenig Dinge auf den Tisch kommen, die unschön sind oder negativ sind, weil wir das einfach schon im täglichen Alltag erledigen und durch gute Kommunikation wirklich abschaffen. Herr Neimanns, was sollten denn Führungskräfte für sich selbst tun? Die müssen ja auch an das Thema psychische Belastung denken. Ganz wichtige, gute Frage. Ich meine, als Führungskraft bin ich ja auch irgendwo Teil der Arbeitsumgebung. Ich kann eine Ressource sein für meine Mitarbeiter. Ich kann aber auch eine jetzt tatsächlich negativ ausgeprägte Belastung sein. Und deswegen ist es auch wichtig, auch bei mir selbst als Führungskraft anzufangen. Das heißt halt, auch bei mir selber auf Pausen zu achten, mir selber Ressourcen zu schaffen, beispielsweise im privaten Ausgleich durch Sport oder Ähnliches, aber dann auch mir meiner Vorbildfunktion bewusst zu sein. Wir können noch so viele Regeln einführen, Trennung, Arbeit und Privat. Wenn ich als Führungskraft dann irgendwie sonntags mittags anfange, E-Mails zu schreiben oder so, dann macht das auch was mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dann denken die auch, oh, vielleicht muss ich jetzt auch sonntags in meine E-Mails reingucken. Auch wenn ich das vielleicht gar nicht so gemeint habe, sondern einfach, da war eine Lücke, Frau und Kinder waren weg und ich dachte, ich mache jetzt mal was, dann habe ich am Montag ein bisschen mehr Zeit für die Familie. Aber da sollte man ganz sensibel sein. Das ist ja auch so ein bisschen das Rollenverständnis. Was ist eigentlich meine Rolle hier als Führungskraft? Wie begreifen wir uns hier bei uns im Betrieb als Führungskräfte? Ist mein Job dafür zu sorgen, dass hier maximal gut gearbeitet wird? Oder sind die Mitarbeiter diejenigen, die gut arbeiten? Und ich bin der oder diejenige, die dafür sorgt, dass quasi die Umgebung stimmt. Und auch so sich bewusst zu sein, als Führungskraft muss sie auch greifbar sein. Wir haben ja im Betrieb zusammengearbeitet. Die Führungskraft, die hat sich nachher wirklich in den Kalender geschrieben, an drei Tagen die Woche irgendwie eine Stunde geblockt, wo sie einfach durch den Betrieb gelaufen ist. Wo, einfach mal Hallo gesagt, so Präsenz zeigen und ansprechbar sein. Das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, was man so im operativen Doing oft vergisst. Ich kann das unterstützen, was Sie da sagen. Also wir haben als Ergebnis vielleicht nicht nur daraus, aber auch haben wir einen Produktionsleiter, die Positionen geschaffen, was sehr, sehr wichtig war. Gerade für die Nähe, dass man immer erreichbar ist, auch wenn ich viel unterwegs bin. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, ohne Frage. Und ich sehe uns als ein Team. Also die ganze Firma ist wirklich ein Team. Von der Unternehmensleitung bis hin zum Auslieferungsfahrer. Das ist völlig egal. Wir funktionieren wirklich nur als gesamtes Team. Und dann darf man sich als Führungskraft schon gar nicht verstecken. Ich sage es mal einfach so. Das wäre genau falsch. Da sind Sie sich sehr einig. Ich bedanke mich erst einmal ganz herzlich an dieser Stelle für das tolle Gespräch. Und auch noch ein kurzer Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns auf dem Podcastkanal Ihrer Wahl abonnieren und uns eine Bewertung dalassen. Ich entlasse Sie beide aber noch nicht ganz. Denn wir haben noch eine Schlussrunde für Sie. Und die heißt traditionell ganz spontan. Das heißt, ich stelle Ihnen eine Frage und Sie antworten ganz spontan und kurz und knackig auf diese Frage. Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Meil. Erledigen Sie Dinge in Ruhe und arbeiten eins nach dem anderen ab? Oder machen Sie gefühlt alles gleichzeitig? Ehrlich gesagt mache ich viel zu viel gleichzeitig. Ich habe viel zu viele Aufgaben, die erledigt werden müssen. Aber optimal wäre es natürlich, das zu strukturieren. Aber ich habe mir wirklich gerade eine Assistenz noch eingestellt, um das zu optimieren. Also das Wichtige ist ja die Erkenntnis. Herr Neimanns, auf einer Skala von 1 bis 10, wie perfektionistisch sind Sie? Das ist echt schwer. Das hängt sehr davon ab. Aber ich muss mich jetzt hier irgendwie festlegen. Ich sage sieben. Okay. Herr Meil, Stichwort Delegieren. Ein neues Projekt, eine schwierige Aufgabe. Machen Sie das selbst? Oder lassen Sie auch mal andere ran? Ich lasse auch mal andere ran. Aber es war ein Lernprozess. Ich habe das früher alles versucht, alleine zu regeln. Man muss halt auch das Vertrauen haben, dass andere die Sachen auch gut machen. Und das klappt auch ganz gut. Herr Neimanns, Stichwort Kommunikation. Sprechen Sie auch darüber, wenn Sie etwas belastet? Ja. Also ich glaube, da ist auch bei mir noch Luft nach oben. Aber ja. Herr Meil, gehen Sie abends pünktlich nach Hause? Nein. Völlig falsch, ich weiß. Ich arbeite dran. Herr Neimanns, was tun Sie gegen schlechte Stimmung? Boxen oder Yoga? Yoga, tatsächlich. Sie, Herr Meil? Yoga vielleicht nicht ganz, aber ich bleibe eher ruhig und versuche das dann analytisch anzugehen. Atmen. Und zu kommunizieren nachher dann. Ja, genau. Atmen ist wichtig. Aber eine Frage. Herr Neimanns, Stift fallen lassen oder vorarbeiten? Also ich glaube, ich lasse eher eine Stift fallen. Herr Meil, Mittagspause am Schreibtisch oder in der Kantine? Leider zu oft am Schreibtisch. Schön, dass Sie so ehrlich zu mir waren. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle auch für die Bereitschaft für unsere spontane Schlussrunde. Ich würde sagen, wir halten fest, es ist für den Arbeitsschutz essentiell, physische und psychische Belastungen gleichzeitig im Blick zu haben und wenn möglich zu vermeiden. Denn nur so bleiben alle gesund. Ganz sicher. Ganz sicher. Der Podcast für Menschen mit Verantwortung.